Also das Finale von dem Sonnenuntergang, das muss ich natürlich noch mitnehmen. Bis sie richtig plopp macht, wird es jetzt noch mal aufgezeichnet. Es ist auch nicht alltäglich, so etwas zu sehen, dass die da hinter den Kornaten so runterplumpst. Die jungen Damen, wir sind schon ein paar Tage auf dem Buckel. Ups! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020